Ein mal souveräner 5-0-Törwässig im Freihung von Ulkir. Ja, zum Schluss haben wir halt, in Freihung hat es sich wirklich bei mir engagiert auch gespielt. Da haben wir am Anfang ein Problem mitgekriegt, aber dann haben wir die zweite Hälfte, glaube ich, das Spiel auch kontrolliert. In der ersten Halbzeit haben wir dann einfach kompakt breiter gespielt und da haben wir auf Konter gewartet und die Konter sind dann auch gekommen. Wir haben sie dann wirklich sauber bis zum Schluss rausgespielt. Und ja, das Ergebnis dann auch genitzt war vielleicht am einen oder zwei Tore dann sauber, unter dem Strich der Sieg, auch der gerade Sieg, reingang bei denen. Warum hat es in den ersten 10 Minuten, sage ich mal, nicht so funktioniert? Da war der TV doch ein wenig am Drucker, ohne die wahre Torschauce. Da war der aggressiver bei mir und da war er ein wenig wacher bei mir. Wir haben dann eine Zeit gedacht, bis wir mal ein Spiel finden. Das war ein wenig das Problem, weil wir da nicht so gleich im Spiel waren und dann ist es natürlich schwierig, wenn wir da nicht gleich dabei sind. Dann ist da einer spritzig, agil, die waren, wenn wir da nicht so waren, angeschlagen, Boxer, die gibt mir natürlich dann am Anfang gleich Geist. Derby auch noch und das war immer das Problem. Aber ich glaube, wir zunimmt das Spiel, da haben wir natürlich auch kontrolliert und dementsprechend dann, glaube ich, da souverän gut rumgebracht. Okay, jetzt vier Spiele, vier Siege, kein Gegentor, Bogenkackheimer, denke ich mir. Ja, Bogenkackheimer ist natürlich auch am Anfang genauso erfolgreich wie mir. Das wird ja ein schönes Spiel. Ich sage mal, es ist ein Highlight-Spiel, das hat man nicht alle auch. Und das Spiel will man einfach genießen und versuche, ein gutes Ergebnis zu ermöglichen. Okay, danke.